recht herzlich willkommen zur 81 folge von grand age medieval ja wir sind hier in der stadt angekommen mal schauen was wir verkaufen können ja da haben wir halt für 922 gekauft und 900 können wir verkaufen und das machen tun machen tun toll 20 prozent haben wir sogar oder gar nicht mit gerechnet ok dann kommen noch mal durch gerade hier geht auf jeden fall was mit den früchten bis 70 jetzt nichts geworden hier ist der preis da geht auf jeden fall was 130 jahren kommen zwei prozent dazu gekommen wenn wir hier was loswerden verkaufen wir mal 5 das war ein prozent hier das ist unter preis aber hier muss es mehr werden das ist halt so eine stadt übernehmen wollen brauchen wir da punkte ja im platz haben wir fast nix und ich würde sagen wir verkaufen noch weinen das war gerade so gewinnen noch mal 18 kauf die 18 und ist gut so einkaufen wäre hier möglich die wolle also nicht wo wir sie loswerden sollen ist auch günstig dass das weg lohnt nicht wir können auch noch beikaufen kommen die 60 auf und fertig und ziehen wir mal gerade los nach hier oben nach kurs kommen gucken was wir da loswerden können machen hoffen ob sie jetzt das war jetzt nicht hier ne das war wollen das ok gut kommen wir da rein hier geht was richtig viel können alle 16 verkaufen rot 180 ok kommen wir mal 14 dazu lohnt nicht lohnt nicht hier können wir beiden verkaufen 140 weinen bringt richtig geld so was können wir dann kaufen rot haben wir gekauft hier könnte man noch zulegen salz geht auch gleich hoch lassen also ohne ich geht noch nicht hoch dann immer mit 142 kaufen oder store oder ja und müssen wagen voll so sieht es aus also wieder runter sieben prozent haben wir da gerade holt wahnsinn direkt an der straße und war noch mal ich komme nicht daran so rot können wir hier verkaufen komplett sehr schön 23 prozent immer noch und ich habe sie selber das lohnt nicht das lohnt nicht zwar platz norm wagen für 14 einheiten hier war günstig 180 war geht gleich hoch 48 40 ist alles nix hier das geht aber das geht auch gleich hoch da kommt zack nehmen wir das mit egal und mal dahin der bautrupp könnte doch bestimmt oder darf er nicht jeder darf er nicht interessant oder nur weil dazu weit weg ist könnte auch seine aufwanderschaft naja ich glaube das nicht hatte ich habe auch schon gesehen da ist er so feindgebiet dann geht das wohl nicht oder wird okay so und dann geht ein bisschen was verkauft das sind wir losgeworden wolle kann man ja noch mehr kaufen hier kann Wein auf jeden fall verkaufen hier entführt sich davon weg geht hoch will ich dann nicht geht auch sofort hoch 4 hier geht bestimmt nix hoch kannst du den ganzen wagen vollpacken mit 37 wo sind wir da dann gehen wir erst zurück irgendwie müssen wir diese punkte hochkriegen es hat nun mal keinen sinn obwohl 23 ja schon recht vieles zu dem bisherigen mit drei punkten und was so 234 das bier geht komplett weg mal wieder auf 22 da oben hier geht was achte geht auch was jetzt mal wieder 23 hier ist jetzt alles gut erstmal 60 da geht was mal so und hier geht auch was gut steine brauchen hier die sind gut im angebot viel schwer gefragt kaufen hier not nicht nur hier wurde schon waren gleich vor und dann können wir erst nach kiew gehen wenn man darüber muss schön meine straße da ausbauen könnte aber das geht wohl nicht jetzt sehen wir noch mal weg oder platz kriegen hier geht was da macht drei weg fünf davon weg lohnt nicht hier lohnts wieder 216 so sagen wir noch 1300 platz steigt gleich steigt auch wie wird sich lohnen als wein geht der preis hoch dann wieder auch hoch 48 ist jetzt nicht so der hinter mir hier geht was die 129 nehmen wir mit gut dann zurück mit vergnügen ja so das haben wir auch im wagen das haben wir auch im wagen da kommt einer geht 65 geht nix da geht was 23 mal wieder und ziegel kann nicht sein ne die lagen doch eben teurer weise keine hatten und andere geliefert ne sie gut gehen wir nach kurz so was ist hier und teuer geht nicht geht nicht geht nicht geht nicht geht nicht geht 70 da lassen lohnt nicht so wo haben wir denn hier haben wir was aber 40 ist schon teuer da haben wir schon genug auf dem wagen man wird auch teurer lohnt nicht und wird auch teurer auch teurer kurz kannst du vergessen exquisit gehen wir mal dahin da läuft ganz langsam ein stück grommel so kommen wir da einmal rein erst mal unser 110 hier geht was komplett der honig weg gut hier geht auch was so 70 nehmen 100 auf 60 ist auch gut weg damit lohnt sich hier lohnt sich es nicht hier geht was machen wir mal so verkauft haben wir jetzt nur billig einkaufen das ist alles und zwar billig aber wenn hier keine fässer sind lohnt das am ende nicht ich nehme die kohle einfach mit blauen mit 48 obwohl lohnen tut es auch nicht eher das hier zack 322 die reise nach kiew und gucken wie es da aussieht ein bisschen geht hier noch einen weg ok zack sechs davon weg hier geht ein bisschen nun aber auch nicht hier geht auf jeden fall wieder was weg sind sie da können wir noch zukaufen werden so bier 134 geht dann hoch machen wir nicht so als als geht ein bisschen mehr wenn wir zwölf auch mit ja das ist super billig hier aber wir haben den wagen schon voll das geht auch sofort hoch das auch wenn wir schon mal wieder eingekauft zack holz mitnehmen so da sind wir gehen wir da hin und schauen wir doch mal rein irgendwas muss da schon gehen oder geht leider nicht silo ist zu weit entfernt sagt er geht weg damit 90 mal 4 weg hier geht viel 9 9 40 davon macht die auch weg 50 passt schon 25 mal jetzt gut 41 das lohnt alle nicht kohle je 62 irgendwo hat man eben kohle für 48 die verkaufen können dann lohnt sich alle dann nicht mehr davon alles teuer ja können wir nur weiter von gut ok aber ich würde sagen da machen wir dann in der nächsten folge weiter ich bedanke mich recht herzlich fürs zu schauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid bis dann tschüss dass die bis jetzt vor 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 für vor 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 vor